ist ihnen langweilig nervt ihre freundin schon wieder haben sie im leben nichts erreicht aber wollen trotzdem irgendetwas tun dann haben wir den perfekten zeitvertreib für sie mit videospiele bekommen sie das volle programm ballerspiele jump and run spiele rollenspiele erotik spiele geschicklichkeitsspiele horrorspiele dein ernst zusätzlich dazu bekommen sie die features hacker flamer aber ja die ist behindert du bist behindert alter was sind das denn für beleidigungen du bist behindert nein du bist behindert deine mutter ist behindert du bist so fett wie ein flugzeug die mag ich nicht ja deswegen ja du bist so fett wie zwei flugzeuge worauf warten sie noch setzen sie ihren real life und den meisten ihrer nerven ein wohlverdientes ende jumpen ran jumpen jumpen